Was ist das, was du mit ihm spricht? Das fasziniert mich völlig, das fasziniert mich sowieso, wenn Menschen so viel wissen und der weiß so viel, ich liebe den einfach, ich finde den toll, ich mag den von ganzem Herzen, Ivan auch, das wird uns da jetzt nicht missverstehen, aber Juan ist so mein totaler Favorit, den finde ich klasse, den habe ich auch schon einfach mal gedrückt und das hat er auch geschehen lassen und das ist ja nicht irgendwie euer Heiligkeit jetzt oder so, der ist ganz menschlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.